Grüß Gott! Heute Nachmittag bei Autohaus Bletzer wieder einmal VW-Tage. Jetzt haben wir und Markus noch zwei Windschutzschäme einbauen. Einmal bei einem VW Golf 7, einheimisch aus St. Dahan in Tirol und ein T-Rock aus Going am Wilden Kaiser. Grüß Patrick Unterrader, wir sehen uns wieder im Winter. Ja, die Marke VW ist immer mehr bei uns präsent, das spricht sich herum. Macht man gern. Macht man gern, wir haben OITester, Original Tester, wir haben Digital Service Heftel, kein Garantieverlust und das spricht sich halt herum. Und das gefreut uns, gell? Ja. Ja und jetzt noch, last not least, müssen wir noch die ganzen Assistenzsysteme kalibrieren, Spurhaltesystem, Frontkamera etc. Und jetzt haben wir das mit Gutmann gemacht, wir haben hier die neueste digitale Vermessungsstation für Gutmann für die ganzen Assistenzsysteme aller Marken. Und jetzt haben wir das kalibriert und dann wird das Protokoll ausgedrückt, statische Kapierung durch Kundendienst in Ordnung. Und wenn wir den Status erreicht haben, dann sind wir fast fertig. Dann können wir noch putzen, waschen, föhnen und dann kann der Kunde sein Auto abholen. Also es wird alles nach Werksvorschriften bei uns gemacht, auch die Kalibrierung der ganzen digitalen Systeme. Wir haben richtig funktioniert. Vielen Dank.